Hier im Eingangsbereich geht es los. Hier wird die Registrierung in Kürze stehen. Unten sehen wir die Ausstellungsfläche. 900 Quadratmeter sind es dieses Jahr wesentlich mehr als in Aschaffenburg. Wir sind also richtig gewachsen. 80 Aussteller werden erwartet. Wir haben die Ausstellungsfläche auch fast schon komplett verkauft. Der Zuspruch ist immens. Es wird richtig, richtig gute Vorträge geben. Über das ganze Programm hinweg werden wir hochqualifizierte und richtig spannende Vorträge erwarten. Wir gehen gleich mal hoch und schauen uns dort um und wird mal vielleicht dann noch das eine oder andere Worten. Hier befinden wir uns im vorderen Bereich. Hier geht es raus, wo einige Aussteller wie Stihl, Husqvarna, aber auch ein i8 und ich habe es sogar schon mal von dem Tesla gehört, ausgestellt werden wird, bevor es dann hier vorne zu unserem Fun-Parcours gehen wird. Auf dieser Fläche hier hinten können Sie, könnt ihr E-Bikes, E-Roller, Segways und ähnliches testen und mal ein bisschen Spaß haben.